Hallihallo, hallöle, meine Freunde, ich hatte Corona. Das ist jetzt schon über einen Monat her, aber ich war wirklich hart betroffen. Ich hatte echt das volle Programm, Leute, aber so richtig. Also es hat mich richtig durchgenommen. Okay, Spaß beiseite, aber es war echt kein Spaß. Es war wirklich kein Spaß. Es werden neue Streams kommen und in ferner Zukunft auch neue Videos. Aber dazu gleich, ich will ein bisschen was über Corona erzählen. Genau, ich hatte vor über einem Monat Corona bekommen. Hier mit Kopfschmerzen, Schwindel, Fieber, Husten, Schüttelfrost. Später kam nur noch der Atemnot dazu. Lungenentzündung zum Glück nicht. Also ich hatte richtig so volles Programm Corona. Also richtig so, ihr wisst schon, war richtig kacke. Zwei Wochen ging es mir so semi-geil. Danach war ich wieder so halbwegs fit. Also sagen wir mal zweieinhalb Wochen ging es mir so semi-geil. Und danach ging es mir wieder halbwegs gut. Dann bin ich wieder auf Arbeit nach zweieinhalb Wochen. Und mein Hals hat aber weiter übel gekratzt. Und nach langem Reden hatte ich übelst so Husten, dollen Husten und so. Deswegen habe ich keine Videos aufgenommen, keine Streams gemacht oder sonst irgendwas. War halt echt mega scheiße. Ich werde auch jetzt erstmal keine Videos aufnehmen, weil ich habe keinen Bock da immer rumzuhusten. Dann muss ich das rausschneiden oder so. Bei Videos würde es mich persönlich stören. Also mich, nicht euch. Mich würde es stören, wenn ich da huste. Das würde ich dann irgendwie rauscutten wollen oder so. Und da habe ich irgendwie ja keinen Bock. Es würde mich aufregen, innerlich. Streams werde ich machen. Ja, ich weiß, da rede ich noch mehr. Wahrscheinlich. Dann rede ich irgendwie gefühlt drei Stunden am Stück oder so. Streams werde ich trotzdem noch machen. Weil da ist es mir egal, ob ich dann huste. Dann huste ich einfach, keine Ahnung, mal alle 15 Minuten oder so. Huste ich einfach mal kurz. Und wenn ich dann einen Hustenanfall kriege und irgendwie fünf Minuten durchhuste, wäre mir das auch vollkommen egal. Ihr versteht, was ich meine. Dann ist es halt so. Es ist, wie es ist. Live ist live. Das ist dann mir vollkommen egal. Aber ich will wieder RPG-Mega-Content machen. Gut. Kommen wir jetzt zum RPG-Mega-Content. Was möchte ich machen? Livestream. Habe ich ja gesagt. Keine Videos erstmal. Livestream bedeutet für mich, dass ich Content zeige, der natürlich dementsprechend auch den Livestream füllen kann. Also ich werde nicht irgendwie so ein 15-Minuten-Tutorial in einem Livestream zeigen. Macht keinen Sinn. Dementsprechend werde ich größere Sachen machen. Ich werde diesen Samstag, das ist der 25. 25. November. Diesen Samstag werde ich ab 21 Uhr abends irgendwann streamen. Pi mal Daumen. Nagelt mich da nicht so genau fest. Ich werde den RPG-Mega-Unite nachtesten. Live im Video, weil der ist geupdated. Wow. Wir sind jetzt schon bei der Version 1.00.05. Ähm, die letzte Version, die ich ausprobiert hatte, war offline. Also so für mich. War 1.00.03. Und da war es noch nicht so eine Empfehlung, kann ich euch sagen. Jetzt kamen noch zwei Patches oben drauf. Ähm, mal gucken. Ob es besser geworden ist. Ähm. Gut. Ich kam jetzt noch nicht dazu, das weiter auszuprobieren in RPG-Mega-Unite. Also es wird diesen Samstag für mich selber eine Premiere mit dem neuen Patch. Ähm, bin mega gespannt, wie das Ganze funktionieren wird dann. Ähm, ja, wie gesagt, wegen Corona. Und dann hatte ich ja auch das Trailer-Event. War nicht so geil. So. Haben wir das auch geklärt. Das mache ich diesen Samstag ab 21 Uhr. Dann zwei Wochen darauf. Das wäre der 9. Dezember. Der 9. Dezember. Wenn mir nichts dazwischen kommt, werde ich am 9. Dezember, werde ich dann die Trailer bewerten. Das wollte ich ja machen. Unbedingt. Ähm, kam ich jetzt wegen Corona halt einfach nicht dazu. Okay. Werde ich machen. Ich habe Bock, die Trailer zu bewerten, die ihr mir eingereicht habt. Schreibt mal in die Kommentare, welche Trailer ihr bewertet haben wollt. Weil ich werde nicht alle Trailer bewerten. Das waren sehr viele, die eingereicht wurden. Und was heißt bewerten? Halt Pros und Kontrasten nennen. Was hat mir gefallen? Was hat mir nicht gefallen? Und es geht um meine persönliche Meinung. Ich werde sie allerdings auch gut begründen können. Okay. Also ich sage nicht einfach nur, das gefällt mir nicht. Ohne Grund. Ich werde dann halt auch eine Begründung. Also ihr kriegt auch eine Begründung, ob euch die Begründung gefällt oder nicht. Könnt ihr dann selber entscheiden. Wenn ihr sagt, das ist ja eine blöde Begründung. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, dann ignoriert das einfach, was ich gesagt habe. Ist ja auch nicht schlimm. So. Ähm. Hust, Hust. Es ist halt echt nicht geschauspielert oder so. Ich muss zwischendurch immer mal wieder husten. Das ist halt echt mega nervig. Glaubt mir, das ist echt unangenehm. Es kann sein, dass ich mir noch eine Erkältung eingefangen habe, jetzt nach Corona. Also ich glaube nicht mehr, dass es noch Corona ist. Aber es ist halt, macht es ja nicht besser, ne? Immunsystem geschwächt. Nach Corona direkt eine Erkältung reingedübelt. Echt scheiße. Aber na, egal. So. Gut. Dann haben wir schon mal zwei Streams abgehakt. Also. Diesen Samstag. Ähm. Was habe ich gesagt? Oh, shish. Äh. Jetzt bin ich komplett Banane. Ähm. Sorry. Ähm. Genau. Diesen Samstag machen wir ab in Schemeca Unite. Und dann zwei Wochen drauf die Trailer aus dem Showcase. Die könnt ihr natürlich auch noch auf meinem YouTube-Kanal angucken. Die Trailer da sind, glaube ich, alle irgendwie gelistet. Mehr oder weniger. So. Und dann noch ein, ähm, geiles Stream-Event, was ich ankündige. Ja, ich werde jetzt viel streamen die nächsten Wochen und Monate. Ähm. Ähm, noch ein richtig geiles Stream-Event, worauf ihr euch mega freuen könnt. Okay. Das werde ich jetzt ein bisschen komisch einleiten. Okay. Ich erkläre gleich, worum es geht. Ähm. Genau. Es fing an mit Rabbit. Er schrieb im Discord von hier dem Game Dev Café, schrieb er, Ich brauche jemanden, der mich coachen könnte, da ich vieles machen möchte im RPG-Maker-MV. Ich will gerne ein Abenteuer-RPG machen wollen mit Quests, Dungeons, etc. Ich kann zum Beispiel gar nicht programmieren. Rabbit? Kein Problem. Erstens. Haben sich schon welche gefunden, die dich coachen? Kuss geht raus an Murdoch und Kana Katana, die sich in meinem Discord hinsetzen. Und mit dir, im Voice, mit Bildschirmübertragung, dir helfen. Erstmal, Kuss geht raus. Ihr seid die Besten. Wirklich, Kana, Murdoch, ihr beide. Kuss geht absolut raus. Könnt ihr euch irgendwann mal abholen. Ähm. Kuss kommt auf jeden Fall bei euch anderen irgendwann vielleicht. Ähm. Gut. Das fand ich jetzt erstmal nicht so schlimm, dass er das geschrieben hat. Und ich finde das mega cool, dass Kana und Murdoch sich da quasi mit ihm zusammen hinsetzen. Das finde ich richtig geil. Was ich weniger schön fand, war die Antwort, die er bekommen hat. Ich habe jetzt hier den Namen ausgeblendet und das Profilbild. Ich sage nicht, wer das geschrieben hat. Ähm. Und ich hoffe, ihr findet das auch nicht raus. Ähm. Oder versucht es gar nicht erst rauszufinden. Ähm. Da schlage ich vor, du probierst einfach Sachen aus. Erstmal, ja, finde ich, finde ich genau richtig. Es gibt massig Tutorials für alle möglichen Bereiche im Maker. Vollkommen korrekt. Und an dieser Stelle hätte ich jetzt aufgehört zu schreiben an seiner Stelle. Scheiße, was labere ich wieder? Es, sorry. Okay. Es geht los. Ähm. Jetzt kommt nämlich der zweite Teil. Ich denke aber nicht, dass du jemanden finden wirst, der dich coacht. Doch, es passiert. Sogar zwei. Zwei Coaches. Also zumindest nicht unbezahlt. Doch. Doch, genau das ist passiert. Denn ein intensives Coaching kostet sehr viel Zeit. Ja, true. Da wärst du selbst beim Mindestlohn einige hundert bis tausend Euro los. Ja, Mindestlohn. What the heck, man. Das ist ein Hobby. Wir machen das ja aus Spaß. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Uns gegenseitig unter die Arme greifen. Und ich habe in meiner YouTube-Laufbahn, in meiner RPG-Maker-Laufbahn, habe ich wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Leute. Oder vielleicht auch 60. Ich weiß es persönlich gar nicht, wie viele Leute ich gecoacht habe. Privat. Nicht über meinen YouTube-Kanal mit den Tutorials. Da habe ich für Tausende gecoacht. Aber ich meine, privat in Skype, in Discord oder lokal vorm Computer habe ich auch manche gecoacht. Das habe ich einfach kostenlos gemacht. Ich habe da nicht einen Cent dran verdient. Ich habe da über TeamView teilweise die Computer übernommen und dann halt da was gezeigt und erklärt über Skype damals. Das waren unzählige Menschen, denen ich da geholfen habe, die ich gecoacht habe, denen ich was beigebracht habe. Unzählige. Ich habe auch private YouTube-Tutorials erstellt für manche Leute, dass sie sich Dinge wieder neu angucken können. Und habe die auf privat hochgeladen, bei mir auf YouTube, also auch nicht gelistet. Und ich werde das auch in Zukunft immer weitermachen. Ich werde immer weiter auch immer mal wieder einzelne Menschen coachen, wenn ich dazu Bock habe. Ich verstehe einfach nicht, wieso man dafür Geld nehmen sollte. Das ist doch Bullshit. Wir sind doch eine Gemeinschaft. Und genau, da kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt. Ja, Streams, Streams, Streams. Yay. Ich möchte Coaching-Streams machen. Ich weiß, ich kann nicht jeden Einzelnen auf YouTube coachen. Das ist einfach ein Ding und eine Möglichkeit. Das ist mir durchaus klar. Ich kann nicht irgendwie da mich sechs Stunden mit jemandem hinsetzen und ihn coachen. Und dann habe ich da irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Zuschauer und die anderen 19 Leute. Wie mache ich das dann? Geht ja nicht. Ich kann nicht jeden separat coachen auf YouTube. Das ist mir durchaus klar. Und deswegen erstmal großes Lob nochmal hier an der Stelle an Murdoch und Kana, die ihn coachen. Ja, ich kann die beiden nicht genug loben. Ihr seid so toll. Nee, zurück zum Thema. Ich möchte trotzdem Coaching-Streams machen. Ich möchte das machen, was er hier geschrieben hat. Wir machen ein Abenteuer-RPG. Und das in einem Stream. Da werde ich vieles erklären. Und ihr könnt dann auch immer Fragen stellen. Und dann versuche ich eure Fragen irgendwie weitestgehend nach Möglichkeit in dieses Spiel einzubauen. Und das wird kein richtiges Spiel im eigentlichen Sinne. Ich werde halt einfach so vor mich hin bauen, ein bisschen ein paar Quests machen, ein paar Dungeons bauen. So wie er das schreibt, so ein Abenteuer halt, so vielleicht eine Abenteuerreise oder so zusammenfrickeln. Und ein bisschen was daran anhand meines Spiels dann erklären, was ich mache. Und dann kann man sich das auch im Nachhinein angucken und nachbauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch da hinsetzt, meine Streams begleitet und vielleicht parallel dazu den RPG-Maker offen habt. Mich einfach als irgendwie Podcast im Hintergrund hört und dann einfach das, was ich erzähle, so grob in eurem Projekt nachmacht. Das wäre einfach geil, finde ich. Wenn wir da gemeinsam quasi versuchen, ein Projekt zu machen, quasi so ein Demo-Projekt. Bei jedem wird es dann ein bisschen anders aussehen, ist klar. Ihr solltet es ja nicht 1 zu 1 so umsetzen, wie ich es zeige. Bei jedem wird es ein bisschen anders aussehen. Die Dialoge werden anders sein, die Maps werden anders aussehen, etc., etc. Aber dass wir gemeinsam dann jeder ein Demo-Spiel für sich herstellt und anhand dieses Demo-Spiels dann versteht, wie man größere Projekte baut. Das Ganze werde ich nicht innerhalb eines Streams schaffen. Das wäre utopisch. Ich werde da Dutzende Streams wahrscheinlich machen. Und ich werde anfangen nächsten Montag. Das ist dann der 27. 27. November, da werde ich damit anfangen. So, keine Ahnung, Nachmittag um 15, 16 Uhr oder so werde ich anfangen zu streamen. Und dann werde ich einfach mal ein bisschen mappen. Erstmal im ersten Stream. Und im zweiten Stream bauen wir dann vielleicht schon eine erste Quest oder so. Oder irgendwas fällt mir dann schon ein. Wir gucken einfach mal. Und mir ist durchaus klar, dass das natürlich ein langwieriges Ding wird. Und ich werde immer mal wieder einfach mal einen Stream machen dazu. Kommt einfach in den Stream rein. Stellt eure Fragen, wenn sie gerade passend sind zum Thema. Also das erste Thema wird Mapping sein. Und stellt dazu einfach eure Fragen. Und dann versuche ich das irgendwie zu beantworten im Stream oder vielleicht auch im nächsten Stream. Mapping ist ja ein Thema. Das werde ich öfter mal ansprechen. Also ich werde logischerweise, wenn man ein Spiel macht, muss man öfter mal eine Map bauen. Oder öfter mal eine Quest bauen oder so. Also es macht ja Sinn, dass ihr dann halt irgendwann mal auch live dabei seid. Wenn ich dann das Thema habe, das ist eine entsprechende. Also die werden dann auch themenbasiert sein, die Streams. Also wie gesagt, das ist dann ein Stream Mapping. Und dann mache ich nur Mapping. Und dann beantworte ich auch nur Mappingfragen. Und ein Stream ist dann halt, da baue ich eine Quest. Und dann beantworte ich auch nur Fragen zu Quests oder so. Dann baue ich vielleicht ein paar Kämpfe, mache ein paar Balancing-Sachen und so. Und dann beantworte ich auch nur Fragen über Kämpfe und so. Und versuche das dann auch darzustellen in meinem Spiel dann. Wie gesagt, es ist dann auch nur ein Demo-Projekt und kein richtiges Spiel, was ich auf Spielbarkeit optimiere. Sondern auf Dinge, die wir umsetzen wollen. Darauf ist es dann optimiert. Gut, sollte klar sein. Das mache ich auf jeden Fall auch. Das wird auch ein Stream-Projekt von mir. Dann noch ein Stream-Projekt. Jetzt muss ich lachhusten, Scheibenkleister. Ja, wie gesagt, mit Videos ist gerade irgendwie ungünstig. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das in den nächsten Wochen aufhört. Deswegen noch ein Stream-Projekt. Das ist aber eher ein langfristiges Stream-Projekt. Was ich wahrscheinlich dann erst im... Also das hier ist Dezember, ne? Oder? Genau, das hier ist Januar. Was ich dann wahrscheinlich hier im Januar machen werde. In der ersten Januar-Woche wahrscheinlich. Da hätte ich Bock. Ich möchte Pen & Paper spielen mit euch. Ich möchte Pen & Paper spielen. Vielleicht mache ich es an mehreren Tagen mit unterschiedlichen Gruppen. Oder an einem Tag. Oder an mehreren Tagen mit derselben Gruppe. Oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Wenn ihr Bock habt, mit mir zusammen Pen & Paper zu spielen. Live auf YouTube. Ihr müsst gar keine Erfahrung haben. Ihr müsst einfach nur Bock haben, mit mir was zu unternehmen. Dann meldet euch hier in die Kommentare. Ich weiß noch nicht genau, was wir spielen oder so. Das lasse ich mir bis dahin einfallen. In der ersten Januar-Woche, okay? Wenn ihr da Zeit habt. Uhrzeit weiß ich auch noch nicht. Abends vielleicht. Oder Nachmittag oder so. Von mir aus auch die ganze Nacht durch weg. Gucken wir einfach mal, ne? Ja. Darauf hätte ich mega Bock. Pen & Paper. Gut. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr Bock habt, Pen & Paper mit mir zusammen zu spielen. Ich werde dazu auch nochmal ein extra Video machen. Wenn mir eingefallen ist, was ich spielen möchte. Oder so. Das wird dann im Laufe des Dezembers wahrscheinlich kommen. Aber ihr könnt euch jetzt schon gerne anmelden, wenn ihr auf sowas Bock habt. Mit mir eine Runde Pen & Paper zu spielen. Also Pen & Paper-Rollenspiele. Ihr wisst, was das ist, oder? Wenn nicht, umso besser. Dann lernt ihr es. Ne, Spaß. Alles cool. Aber ihr müsst, wie gesagt, keine Erfahrung mitbringen. Ihr müsst noch nie ein Pen & Paper Spiel gespielt haben. Ihr müsst nur Bock haben, mit mir einfach was zu unternehmen. Ich will nämlich mit der Community was unternehmen. Ich will einfach dieses Community-Gefühl auch ein bisschen stärken. Weil, wenn wir als Community einen Zusammenhalt haben, dann helfen wir uns auch gegenseitig. Und das, jetzt kommt's. Surprise. Kostenlos. Ohne Mindestlohn. Okay, Spaß beiseite. Der Typ hat ja übrigens, ähm, also nichts gegen den Typen hier. Falls du das Video guckst. Aber wahrscheinlich hat er jetzt schon ausgemacht, spätestens. Hier, der Typ, der das geschrieben hat. Nichts gegen ihn. Okay. Erstens, ich hab nichts gegen dich. Wirklich nicht. Um... Ich hab nur was gegen die Aussage mit dem Mindestlohn. Später hast du dann auch noch, äh, Tutorials vorgeschlagen in späteren Kommentaren dazu. Okay. Also, ähm, das fand ich dann schon besser. Das fand ich schon wesentlich besser. Also, ich meine jetzt auch ein, äh, YouTube-Tutor. Eine Verlinkung wäre noch besser gewesen. Die hat dann jemand anderes dort gemacht. Also, ich find's immer auch gut, dann nicht nur zu schreiben, ja, guck doch den und den Tutor. Sondern auch die Tutorials vielleicht auch direkt zu verlinken oder den YouTube-Kanal. Oder, oder halt den Forum-Post oder whatever. Okay. Einfach immer alles auch direkt verlinken, wäre immer gut. Und ich sag an der Stelle Tschüss. Ähm, es ist halt echt nicht geschauspielert. Es tut mir so leid. Es ist halt... Deswegen keine Videos. Ich hab keinen Bock drauf. Hier, ich quatsch 20 Minuten mit euch. Es ist manchmal unterschiedlich. Manchmal schaffe ich es irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde durchzureden. Ohne zu husten. Und manchmal hier spreche ich 20 Minuten und huste irgendwie alle drei Minuten gefühlt. Das ist so gammel, ey. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich eine Erkältung, die ich mir noch nach Corona reingeballert habe. Ist halt einfach so. Ja, wenn dann gleich richtig, ne. Ist egal. Es muss weitergehen. The show must go on. Wie man so schön sagt. Aber nur live erstmal. Ich denke mal, aber live habt ihr auch Bock, oder? Ihr habt doch Bock. Ihr könnt es euch auch im Nachhinein angucken. Und ich sag trotzdem Tschüss. Tschüssli.